Ich wünsche euch einen wunderschönen zweiten Advent. Danke an alle, die sich schon im Newsletter angemeldet haben. Ihr könnt ja vier Alpen gewinnen, die noch nicht veröffentlicht sind, aber die bald rauskommen, 2019. Und jetzt gibt's ein kleines Weihnachtslied von mir. Wo ist das Rezept geblieben? Von den Plätzchen, die wir lieben. Wer hat das Rezept verschnitten? Na, dann müssen wir es packen, einfach frei nach Schnauze backen, schmeiß den Wofen an und ran. In der Weihnachtsleckerei gibt's manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch mach so mancher Milch eine riesengroße Leckerei. In der Weihnachtsleckerei, in der Weihnachtsleckerei. Schöne Weihnachten.